So, da wurde die Aufnahme wieder kurz gestoppt, weil wegen und so, ey. Warum dat denn? Ja, weil ich hab fünfmal hintereinander Shift gedrückt und ich dachte, das wäre nur bei meinem PC so. Und dann kackt's diese scheiße Dingsart, da kommt diese Warnung. Äh, die haben doch auf dem Schiff gedrückt. Ja, ja. Warum, Alter? Was bringen wir das? Ich weiß, dass ich auf dem Shift gedrückt habe. Das hättest du doch nicht gedacht. Äh, neul. Was machen wir jetzt? Wir brauchen ein neues, äh... Sperma? Ja, genau. Sollten wir mal so... Sollten wir uns mal so bewaffnen mit so allerlei Zeug und dann mal so ein bisschen so Erdbau... Ah, du meinst unterirdisch. Genau. Ja, mein Junge, das können wir machen, aber erst nach der Nacht, okay? Weil in der Nacht sind es auch mehr, weil die kommen ja alle von draußen noch rein. Hast du Wolle? Oh, da ist Wolle. Ja, aber wir brauchen sechs. Fuck. Fuck die Warn. Fuck that bitch. Nein, der eine Ofen sollst du doch da stehen, das sieht cool aus. Nein, das ist viel cooler so. Das ist voll dumm, dann wäre das so eingequetscht wie dein Pimmel zwischen deinen kolossalen Schlepphoden. Genau, ich habe einen riesigen Hoden und einen riesigen Pimmel. Nur einen riesigen Hoden, nur einen. Sag. Einen riesigen Hoden, sag, okay. Aber mit kleinen Hoden drin. Haha, haha, größer als deine. Kann nicht sein, meiner hängt schon aus dem... Außen... Das ist eh klar, worüber reden wir gerade. Äh, Zwiebelsuppe? Äh... Oh, oh. Äh, wir brauchen mehr, mehr. Wir brauchen mehr Disziplin, das ist es. Äh, was für Disziplin. Wir müssen jetzt hier in diesen Häusern, nein, nein, lass mal einen Boden hier wegkacken. Kracken? Kracken! Ich krakte gleich an deinem... Kracken. Krackenkacken. Was? Piratenkacken? Oh, ich hab Weizenkörner. Ah, ja, wir haben... Ich bin aber Farmer, ich bin Farmerama, ich mag das so mit Farm und Erntemaschinen und so, weil... Ja, Erntemaschinen sind cool, dass wir nicht bauen, mit dir auch zusammen. Ja, okay, okay. Was ist so? Ey, wo hast du das Fleisch hingepackt? Du hast es noch nicht wieder eingesteckt, oder? Da. Wo? Da war da die ganze Zeit, das war ich nicht. Yo. Ähm, wir bauen jetzt hier, komm, wir brauchen lateran. Hä, was brauchen wir? Leiter. Warte, hä? Ich hab dich schon mit deinen Boden. Warte, ich will Weizen machen, dafür brauch ich doch so einen scheiß... Ding in da. Penis? Ja, den hab ich ja, aber... Aber damit kann man leider nichts anfangen. Doch, auf die Tastatur hauen. Guck, ich schreib was. Weißt, was ich mit meinem Kocken noch mache? Ich hab nur dreimal draufgehauen. Ich... Ey, lass es aber los, der Kocken. Aber richtig. Ja. Äh. So grab dich mal an den Boden rein. Wie baut man diese... Ah, da. Warte, wait for it. Hast du noch mehr Weizenkörner? Nee, die hab ich alle in die Kiste gepackt. Ja, da waren ja nur... Oh, das ist mehr. Yay. Ich pflanze mal so an. Checkste. Sie. Aber jetzt doch nicht. Am Wasser unten, ne? Am Wasser unten schön. Einfach mal, damit wir ein bisschen Weizen haben. Dann können wir Cookies machen und Brot. Wir brauchen keine Cookies, wir brauchen nur Brot. Nein, Cookies sind richtig geil. Die machen aber nicht für die Leben weg, oder? Äh, nicht für die Hungerauspunkte weg, oder? Man bekommt dafür aber mehr Cookies. Und das ist geil. Wie, man bekommt dafür aber mehr Cookies? Ja, man bekommt nicht nur ein Cookie... Ich hab noch nie Cookies gebacken. Gebe ich grad davon zu. Okay. Okay, ich verzeih dir. Aber ich muss jetzt erst mal ein paar Fackeln bauen. Das ist ein Schiss, heute. Oh, yeah. Mäh. Mäh. Nigger, man. Deine Ex hat morgen Wurztag. Ist mir so scheißegal, ne? Läuft bei dir, Digga. Sah deine Ex scheiße aus. Musst du selber Urteil machen, ich sag dazu nicht. Sven. Sven. Ja. Scheiße. Mein Gott, nur eins. Ich trink gar nichts, warum rülpst ich? Man rülpst auch ohne zu trinken. Oh, yeah. Oh, yeah. Hattest du deine Ex dicke Tee? Mittel, normal, geht. Anfassen dann gut. Wett meine Art und Dickere. Hatte, stimmt. Hat sie oder du Schluss gemacht? Ich. Du Depp, man, die sag ich nicht geil aus. Ich weiß. Warum musst du Schluss? Wie kennst du die denn? Was? Oh, wie kennst du die denn? Ich bin ein Stalker. Mann, du Fisch, Alter. Du musst erst mal... Du darfst erst Schluss machen, wenn du gefügelt hast. Ey, ihr beiden Mongo-Fisch habt mich gestalkt. Ich seh das schon. Ich hab ihr den ganzen Facebook-Set angeguckt. Alter. Wir haben uns auf ihrem Bild eingeschlagert. Ja, ey. Ey, ich zeig euch mal morgen die auf Instagram. Ganz ehrlich, warum hast du Schluss gemacht, bevor du sie genagelt hast? Nail it. Ey, das ist voll das geile Wort, oder? Ja, ne? Nailed it. Ey, warum hast du Schluss gemacht, bevor du die gerippt hast? Das darfst du nicht. Bei so einer gar nicht musst du warten, bis du die durchgerippt hast. Durchgerippt. Durchgerippt, durchgebeuert. Achso, ich hab schon acht, neun Eisen. Rippchen. Zehn Eisen. Rippchen. Ich mag Rippchen. Schweinerippchen. Kohle, Kohle, Kohle. Nein, hör auf. Ich bin letztens schon dafür zu verführt geworden, das zu machen. Aber ich hasse, dass er sich immer Gronkh imitieren muss. Ja, das ist halt so. Ja, Gronkh ist einfach unser Gott. Welcher Folge waren das, Alter? Das war schon 500 Folgen her, oder so. Meins? Nein, das mit Gronkh das gesagt hat. Achso. Ohne? Ja, ja, das ist schon, ach ja, 600, naja, 900, 800 Folgen her. Ganz früh war das noch. Folge 300 ungefähr war das, glaub ich. Alter, wir machen ein Let's Watch Gronkh. Wir nehmen über Screen Capturing, äh, ne, über, äh, Fraps auf, wie wir Gronkh gucken. Und dabei live, äh, Kamera, weißt du? Ja, ja, und dann kommentieren wir dazu. Fop, 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 fop. Das kannst du nur auf Sunbrown oder so hochladen, ne? I'm walking on sunshine. Uhu. I'm walking on sunshine. Yeah, yeah. Läuft bei dir, Digger. Ja, wenn ich genauso, ne? Just a small town girl. I wanna be daylight in your eyes. Se, ey, wir können gut singen. Yo, total, wir werden Germany's Next Topmodel, ne? Äh, du bist so blöd, ne? So ein freaking Gini. Oh, sorry, 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 sorry. Hör auf mich zu hauen oder ich geb dir Headshot, alter. Nur, wo du über mich stehst? Ja. Kabel, 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 kabel. Okay. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Das ist geil, ey. Ja, das ist richtig geil. Das ist richtig retro, ey. Das war noch die Zeit, wo ich draußen war und gespielt hab. Und jetzt nicht mehr. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Ich glaub, in dieser Folge werden wir vielleicht, wenn wir dran denken, Fingern. Ja, nein. Ine, ine müsste ich fingern, ich müsste. Ey, das war witzig. Okay. Da werden wir, das ist genau an dieser Stelle jetzt. What is love? Baby, don't hurt me. Ist so einspielen, ne? Ja, ja, genau. Ja, ja. Aber dann ohne GEMA. Ja, wir müssen das selber sehen. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Okay. 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 Hahaha. Hahaha. Das war so ein Geil, das jetzt, ne? Ey, das passt, Sven, ey. Oh, der stimmt immer noch sein Beste. Boah, wir bauen so eine riesige Treppe, die nach unten geht. Ey, wir bauen hier so eine riesige Treppe, die immer weiter nach unten geht. Ja, das sagtest du gerade schon. Und das hast du jetzt zweimal hintereinander gesagt. Ja, ich denke mal, du hörst das nicht. Ich hör das. Mein Junge. Ich hör das. Ey, es wird ein Zoxigrad PS4. Nein, ich bin bis zum Schreiben. What's up? Ein bisschen, ne? What's up? What's up? What's up? Einiges nicht, die Geile. Ey, Junge! Na, was darf man sein, das hat schon wieder zu laufen? Mach mal Fackels. Mit Z am Ende. Fackels? Ja, ja. Okay. Okay. Hi! 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 Hör Безиката, ja. Philipp. Einen. äh, Niklas, wir uns gleich mal kurz gucken, wie lang die, äh, also die Speichertatzten. Wie? Ah, da muss ich aber das, äh, große Bild abbrechen, um so ein bisschen zu Hause. Ja. Dann lassen wir den Meister anpacken. Okay, dann sagen wir mal bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und zwar, das ist, das ist, das ist, das... Me. Aber das ist die erste Folge, wo wir mal diese Aufnahme-Session kurz beenden, aber gleich direkt weitermachen. Deswegen, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Deswegen sag ich mal, wenn es euch Spaß gemacht hat, bis zum nächsten Mal. Fabian verabschiede dich. Auf Wiedersehen hier Bia Tschüss Nein nein Bia Tschüss Tschüss Ciao